Wer Furcht sät Von Tony Parsons Es liest Dietmar Wunder Prolog nach dem Gebet Nach dem Freitagsgebet kehrte Mahmoud Irani zu seinem geparkten Taxi zurück, und der Mann, der ihn töten würde, stieg schon wenige Minuten später zu ihm in den Wagen. Das Jackett hatte er trotz der glühenden Mittagshitze zugeknöpft, eine dunkle Sonnenbrille verbarg seine Augen. »Nur Barchef«, sagte Mahmoud. Der Mann nickte und blickte auf sein Handy, dann hielt der Mahmoud sein iPhone vor die Nase. Auf dem Display sah er einen Stadtplan mit einer roten Markierung. Das Fahrtsee. Newgate Street, EC1. Mahmoud grunzte zustimmend, und schweigend fuhren sie durch die Bullenhitze. Als Mahmoud in die Newgate Street einbog, sah er im Rückspiegel, wie sein Fahrgast ein kleines Kreditkarten-Etui aus Leder zückte. Mahmoud seufzte. Wie oft musste man es diesen dummen Menschen eigentlich sagen? »Nur Bar«, wiederholte er mit größerem Nachdruck und zupfte an seinem Polohemd, das vor Schweiß an der Haut klebte. Der Mann zog jedoch keine Kreditkarte aus dem Etui. Er beugte sich zwischen den Vordersitzen nach vorne und setzte eine altmodische Rasierklinge fest auf Mahmoud Iranis rechtes Augenlid. Mahmoud schnappte nach Luft und wagte nicht, wieder auszuatmen. Der dünne, kalte Stahl der Schneide schmiegte sich in die weiche, faltige Haut unterhalb der Augenbraue. Wild flatterte das dünne Lid, das seinen Augapfel schützte unter der Rasierklinge. Nackte Angst stieg in ihm auf. »Bitte«, sagte Mahmoud, »bitte, nehmen Sie das Geld. Es ist unter meinem Sitz.« Der Mann lachte. »Ich will Ihr Geld nicht. Fahren Sie weiter, schön ruhig und umsichtig.« Wie im Traum fuhr Mahmoud mit einem zugekniffenen Auge, versuchte sich auf die Straße zu konzentrieren, während ihm eine Rasierklinge auf das rechte Lid gedrückt wurde. Wie der Mann befahl, bog er am Ende der Straße auf eine große Baustelle ab. Sie war menschenleer, eine der kleinen Oasen aus vollkommener Stille und Leere, die einen mitten in der Stadt überraschen kann. Ein weiterer Turm aus Stahl und Glas wurde hier errichtet, aber an diesem Nachmittag arbeitete niemand daran. Sie waren ganz allein. Im unebenen Boden klaffte vor ihnen ein Loch. »Darunter«, sagte der Mann. »Ich habe Frau und Kinder.« »Dafür ist es jetzt zu spät.« Die Rasierklinge drückte fester auf Mahmouds Lid, und er spürte, wie sein Augapfel sich bewegte, ein widerliches Wegrollen, als zucke das Auge vor der Schneide zurück. Mahmoud lenkte den Wagen in das Loch und abwärts holperte über eine Bremsschwelle und über Schutt, ehe er in ein ausgedehntes, halbdunkles Kellergeschoss kam. »Was war das hier?« Mahmoud konnte nicht sagen, ob es einmal eine Tiefgarage gewesen war oder in Zukunft zu einer werden sollte. Im Moment war es nur eine weite, leere Halle mit sehr niedriger Decke, ein unterirdischer Kellerraum ohne Beleuchtung, bis auf die Sommersonne, die irgendwo hereinschien. »Wo fahren wir hin?« fragte Mahmoud. Er konnte nicht mit Reden aufhören. Diesmal zog ihm der Mann die Rasierklinge ganz sanft über das Augenlid, nur einen Zoll weit, aber ausreichend, um das Gewebe zu ritzen und Mahmoud mit dem plötzlichen Schmerz einen erschrockenen Aufschrei zu entlocken. Warmes Blut quoll hervor, lief von der Wölbung des Augenlids ab und ran hinunter. Danach sprach Mahmoud kein Wort mehr. Sie stiegen aus dem Wagen, und das war der Moment, in dem Mahmoud dachte, dass er weglaufen könnte. Wäre er nicht so starr vor Angst gewesen, so gelähmt vor Unglauben über das, was ihm widerfuhr, so verstört von dem warmen Blut, das ihm jetzt zu beiden Seiten des rechten Auges herunterlief, so zu Tode erschreckt, dass er seine Fluchtschance erst erkannte, nachdem sie bereits verstrichen war. Der Mann stellte sich hinter Mahmoud, die Rasierklinge ruhte wieder in der weichen Hautfalte über dem rechten Auge. Mit der anderen Hand ergriff er den Taxifahrer sanft beim Handgelenk. Sie stiegen einige Stufen hinunter. Die Luft wurde kälter. Sie folgten einem schmalen Gang, bis ein dünner Strahl natürlichen Nichts von irgendwo hoch über ihren Köpfen einfiel. Mahmoud konnte das alte, weiße Mauerwerk sehen, das von Zeit und Witterung grüne Flecken bekommen hatte. Hier war es sehr kalt. Der Sommer war auf einem anderen Planeten. Es war, als betrete er eine fremde Welt. Und dort waren die anderen. Drei von ihnen. Ihre Gesichter verbargen sie hinter schwarzen Masken, die nur ihre Augen frei ließen. Einer von ihnen hielt etwas mit einem roten Licht in der Hand. Eine Kamera. Er richtete sie auf Mahmoud Irani. Mahmoud erblickte einen Tritthocker, einen Elefantenfuß für die Küche. Er begriff nicht, was geschah, als Hände ihm auf den Hocker halfen und ihm etwas um den Hals gelegt wurde. Er hatte Blut in den Augen, als er beobachtete, wie sich sein Fahrgast leise mit dem Mann unterhielt, der die Kamera führte. Mit den Fingern betastete er nervös seinen Hals. Es war ein Strick. Sie hatten ihm einen Strick um den Hals gelegt. Er blickte nach oben und sah, dass der Strick an einem Dreieck aus uralten, rostigen Rohren unter der Decke festgebunden war. Hände berührten ihn am Arm. Er hörte ein metallisches Schnappen. Man hatte ihm die Hände auf den Rücken gefesselt. Jetzt spudelten die Worte wie ein Wildbach aus ihm hervor. Jetzt hätte ihm selbst die Rasierklinge an seinem Augapfel nicht mehr den Mund verschlossen. Ich habe Frau und Kinder, schrie er, und der Hall in dem geheimen Keller warf seine Stimme zurück. Frau und Kinder, Frau und Kinder, ich bin doch nur ein Taxifahrer, bitte. Sie haben den Falschen. Der Mann aus dem Auto zog sich eine schwarze Maske übers Gesicht. Wie ein Henker. Er wandte sich Mahmoud Irani zu. Wissen Sie, weshalb Sie hierher aufs Schafott geführt worden sind? fragte er. Mahmoud konnte nur stottern. Was? Aus? Was? Ich verstehe das nicht. Was sagen Sie da? Ich bin doch nur ein Taxifahrer. Aber dann blieben ihm die Worte im Hals stecken, denn jenseits des roten Lichts der Kamera klebte ein anderer maskierter DIN A4-Blätter an die verwitterten weißen Ziegel der unterirdischen Mauern. Die Papierbögen zeigten Bilder, die aus dem Internet heruntergeladen worden waren. Ausnahmslos waren es Gesichter von Mädchen. Kleinen Mädchen. Lächelnden Mädchen. Und ja, sie lächelten alle, jeder Einzelne. Die einen steif und schüchtern, andere hingegen natürlich und voller Selbstbewusstsein. Jede lächelte auf ihre eigene Art. Die Schulfotografen hatten auf das Lächeln gewartet, die Mädchen dazu ermutigt, hatten versucht, sie zu erheitern. Es waren offizielle Fotos von der Sorte, wie Schuhen sie jedes Jahr aufnehmen ließen und sie ertappten jedes Mädchen in jenem flüchtigen Moment ihres Lebens zwischen dem Kind, das es einmal gewesen war, und der Frau, zu der sie eines Tages werden sollte. Die lächelnden Gesichter beobachteten Mahmoud Irani und er kannte diese Gesichter. Jedes Einzelne. Er hatte sie in Räumen voller lachender Männer gesehen. Er hatte die Mädchen nach Hilfe rufen hören, ohne dass Hilfe kam. Er hatte sie am Rande der Bewusstlosigkeit erlebt, die Augen vom billigen Fusel und starken Schmerzmitteln glasig, teilnahmslos, als sie ihnen die Kleider herunterrissen. Mit den anderen Männern hatte er die Mädchen verhöhnt. Und jetzt klangen Bitterkeit, Verachtung und Wut aus seiner Stimme. »Huren!«, sagte er. »Billige Huren, die Schnaps und Drogen wollten! Schlampen, die sich selbst zur Schau stellen! Mädchen, die Männer mögen! Viele Männer! Typische Mädchen dieses Landes! Hey, hören Sie mir zu! Das sind keine anständigen Mädchen! Hören Sie mir gefälligst zu!« Jemand trat gegen den Hocker, auf dem er stand. »Huren!«, stieß Mahmoud Irani hervor. Dann sagte er nichts mehr. Kein weiteres Wort. Denn der Hocker war weg, und der Strick um seinen Hals schnitt ihm tief, tief, tief in die Kehle. Will trat er mit den Füßen, aber sie fanden nichts außer Luft. Er beschmutzte sich augenblicklich. Das rote Licht beobachtete ihn, wie er sich krümmte und verdrehte und wand, während das Seil mit jeder Sekunde tiefer in sein Fleisch schnitt. Erst klemmte es ihm die Halsvene ab, dann die viel tiefer liegenden Schlagadern. Es unterbrach den Blutfluss ins Gehirn und aus dem Gehirn, und augenblicklich schwoll sein Hirn an, sodass Mahmouds Augen sich verdrehten und seine Zunge aus dem schlaffen Mund quoll und ein ersticktes Gurgeln irgendwo aus den Tiefen seines zugeschnürten Halses stieg. Das rote Licht sah Mahmoud zu, wie er von dem Strick um seinen Hals stranguliert wurde. Und die Schmerzen! Mahmoud hatte nicht gewusst, dass es auf der Welt solche Schmerzen gab. Die Minuten krochen so langsam dahin, wie Jahrhunderte. Nach einer Zeit, die ihm wie ein Jahrtausend erschien, hörte er endlich aufzutreten, und seine Arme sackten schlaff herab. Das Letzte, was Mahmoud Irani sah, war der geheime Keller aus weißen Ziegelmauern, der sich tief unter der Stadt verbarg. Das rote Licht erlosch, und an der Wand lächelten die Mädchengesichter noch immer. Erster Teil Das schwarze Podest Wir saßen im Gerichtssaal 1 des Old Bailey und warteten auf Gerechtigkeit. »Erheben Sie sich!«, sagte der Gerichtsdiener. Ich stand auf, ohne die Hand der Frau neben mir loszulassen. Der Tag war lang gewesen, aber schließlich ging auch er zu Ende. Wir waren hier wegen eines Mannes, mit dem sie beinahe 20 Jahre lang verheiratet gewesen war, einen Mann, den ich lebend nie gekannt, aber dessen Tod ich vielleicht hundertmal beobachtet hatte. Ich hatte mit angesehen, wie er an einem milden Frühlingsabend im Schlafanzug aus dem bescheidenen Haus gekommen war, ein Mann mittleren Alters in Filzpantoffeln, der nur das Richtige, Anständige, Gute tun und vor allem seine Familie beschützen wollte. Und ich hatte mit ansehen müssen, wie die drei jungen Männer, die jetzt auf der Anklagebank saßen, ihn niedergeschlagen und auf ihn eingetreten hatten, bis er starb. Ich hatte seinen Tod hundertmal betrachten können, weil von einem der jungen Männer auf der Anklagebank mit dem Handy jede Einzelheit gefilmt worden war. Das kleine Display hatte wegen seiner Erheiterung gezittert, von seinem Lachen gebebt, aber das klare Licht des Märzabends hatte für ein scharfes Bild gesorgt. Ich hatte ihn immer wieder sterben sehen, bis mein Kopf erfüllt war von einem stummen Schrei, der auch in meinen Träumen nicht nachließ. Er war ein guter Mann, flüsterte Alice Goddard. Seine Witwe nahm meine Hand fester und schüttelte sie mit Nachdruck. Ich nickte und spürte, wie sie die Finger tief in meinen Handteller bohrte. Auf ihrer anderen Seite standen zwei Teenager, ein Mädchen von 16 Jahren und ein Junge, der ein Jahr jünger war. Ich hielt den Central Criminal Court, der eigentliche Name des Old Bailey, des zentralen Londoner Strafgerichtshofs, für keinen Ort für Kinder, besonders nicht für Kinder, die aus dem Fenster des eigenen Hauses hatten mit ansehen müssen, wie ihr Vater ermordet worden war. Nur wenige Monate lag der Mord zurück, aber seitdem waren die Frau und ihre Kinder sichtlich gealtert. Und das lag nicht nur an der verstrichenen Zeit. Alle drei waren zermürbt von dem unbegreiflichen Schock des Gewaltverbrechens. Für unser Mordermittlungsteam beim Homicide and Serious Crime Command auf der 27 Savile Row, dem Dezernat für Mord und Schwerverbrechen im Polizeirevier West End Central, war der Fall ziemlich unkompliziert gewesen. Routine konnte man ihn nicht nennen, denn man konnte es nicht als Routine betrachten, wenn einem Mann brutal das Leben geraubt wurde. Aber auf den Smartphones der Idioten mit den leeren Gesichtern, die jetzt auf der Anklagebank saßen, hatte es vor Belastungsmaterial nur so gewimmelt. Für unsere Spurensicherung war die Arbeit traumhaft einfach gewesen. Wir hatten keine kriminellen Genies gejagt. Als wir sie verhaftet hatten, klebte noch frisches Blut an ihren Turnschuhen. Sie waren bloß drei dämliche Halbstarke, die es viel zu weit getrieben hatten. Aber ich, ich nahm den Fall persönlich, weil ich ihn gekannt hatte, den Toten, den verlorenen Ehemann, den geraubten Vater, Steve Goddard, 40 Jahre alt. Ich war ihm nie begegnet, als er noch lebte, aber ich wusste, was ihn bewegt hatte, das Haus zu verlassen, als die drei Halbstarken auf das Auto seiner Frau urinierten. Ich verstand ihn. Er hätte es bleiben lassen können, den Lärm ignorieren, das Gelächter, die obszöne Beleidigung seiner Familie und der Straße, in der er wohnte, die Verhöhnung von allem, was er wertschätzte. Ich begriff es durchaus. »Sind die Geschworenen zu einem Urteil gelangt?« fragte der Richter. Der Sprecher der Geschworenen räusperte sich. Alice bohrte mir die Fingernägel noch tiefer in die Hand. In den Gesichtern der drei Angeklagten, die während des Verfahrens meistens eine reglose Art Geistesträgerverdrossenheit gezeigt hatten, regte sich zum ersten Mal so etwas. »Sind die Geschworenen« »Sind die Geschworenen« »Sind die Geschworenen« « Auslattete sich « »Ton 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 «